Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meine lieben Freunde und diesmal ist es nichts anderes als dieses wunderschöne Spiel Poly Bridge, wo man dem Architektenleben nachgehen kann um Brücken zu bauen um eine Person oder sogar zwei Personen von A nach B über das Gewässer oder die Schlucht zu bringen. Und zwar hat man hier eine Straße die man von A nach B bringt, von A nach A und nach A nach B. Das erste Level, da hat man nur dieses Auto, das rote Auto. Es gibt auch verschiedene Fahrzeuge, Materialien. Ich darf nur Holz verwenden zum Bleistift und kann zum Beispiel mal ein bisschen was zeigen was hier geht. Ich kann zum Beispiel jetzt hier unten Straße oder Holz auswählen. Ich kenne euch erstmal die Straße nach mir. So, jetzt habe ich auch nur noch so viel. Achso, so viel Geld habe ich. Ok, na dann. So. 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 Kann man die Punkte hier verschieben irgendwie? Oh ne, das muss ich nochmal zurück machen. Das haben wir nicht gut gelöst. So. So. Und das muss mit dem verbunden werden. Super. Dann tun wir einfach mal auf Play drücken und gucken was passiert. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut, dass ich das leider nicht bestanden habe. Ach, das mache ich denn. Hm. Hm. So. So. Nehm. Einmal zurück. So. Nehm. Einmal zurück. Warte mal, muss ich mal auf der anderen Seite anfangen. So, so und so, so, ne, hygienisch, der hier hängt das, vielleicht ist das so vielleicht ein bisschen stabiler, das geht nicht, oder? Nein, das geht nicht, aber ich kann ja immer noch den hier machen. Also wieder drüben. Den mit dem verbinden. Ja, ich tue gleich ein bisschen was löschen. Das geht nicht. Okay, äh, Papierkorb. Ne, alle Teile will ich nicht entfernen. Ausschneiden. Gut. 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 Gut gelbe, und so das wieder. Passt auch so drunter. so so und dann gucken wir einfach was funktioniert warum bricht das immer zusammen anwaltversorgung jetzt haben wir wieder zu viel eventuell sollte ich das nicht oben sondern auch unten versuchen so zu machen so das muss jetzt eigentlich unten ich verbinde erstmal die hier so und dann tun wir noch hier eine strebe reinsetzen jetzt hier eine strebe reinsetzen und geht das auch das geht auch noch und mal gucken ob das funktioniert oh das hält schon mal für das erste jetzt sind schon zwei autos aber ein bisschen mehr zur verfügung ok will ich ein bisschen anders angehen das sind immer dieselben abstände wohl das sind nicht dieselben abstände denn möchte schaden So So Das auch mal so Und so Und so Selbe Höhe Es wird knapp bei den Finanzen, aber ich Probier mein Bestes, Finanzüberschreitung Müssen einen wegnehmen Einen wegnehmen We nimmer dem weg Den hier Und Play Oh Das hält für das erste Ok Mal neu versuchen Das Aber auch weil der eine Balken fehlt Da müsste man nochmal Also der muss auf jeden Fall bleiben Was ist denn eigentlich wenn wir Den wegnehmen Das würde mich jetzt mal interessieren Äh Uh Fass Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Geld Kann ich ja ein bisschen in die Oberkonstruktion reinsetzen Habe ich gesagt wir haben ein bisschen Geld Wir haben gar kein Geld Habe ich gesagt wir haben ein bisschen Geld Linienwerkzeug Kurve umdrehen Form ändern Linien fernen Aha Gut zu wissen Gut zu wissen Ich nehme nochmal den hier unten weg Das sind wir noch gerade so Ich drück mal Play Okay ich guck mal was passiert Das liegt ja nur nach hinten Ne jetzt liegt auch an vorn Was wenn ich jetzt Ne Wieder weg damit Ich kann aber hier auf Play drücken Ich kann aber hier auf Play drücken Ne das wird es so auch nicht funktionieren Was ist das Gitter Das stört mich jetzt nicht so direkt Das könnte nochmal raus nehmen Was ein schweres Gewicht ist Die zwei Könnten raus Nehmen Was ein schweres Gewicht ist Die zwei Wuffed Wut Deine Werden Musik Das ist Waren Sie Waren S1 hat nur 2071 Dommeres gebraucht. Wie das denn? Wie das denn? Na egal. Nächstes Level. Finanzen 10.000. Zwei Autos. Warten wir dann auch wieder Holz. Gucken wir doch mal. So. Moment mal. Wenn ich jetzt hier mal so einen kleinen Ding setze. Das war jetzt 200. Wenn ich jetzt so ein Ding setze. Okay das waren 400. Gut. Gut geregelt. Also. Mann, ich bleib doch jetzt mal im Bild hier. Tadadadadadadalala. Ich will nix sagen auf das Roster ne. Macht mich fertig. So, wir können heute mal ein bisschen auf die Pauke hauen. So, wir können heute mal ein bisschen auf die Pauke hauen. Dann mal hier so dazwischen, dann so und dann so. So, wir können heute mal play, ich weiß, dass das hält. Super. Einsame Spitze. Okay, ein Berghang nach oben. 9000 habe ich zur Verfügung. Hauptsache stabil sage ich jetzt mal. Ich werde jetzt aber ein bisschen zu hoch gesetzt. Pfeilungsweit. Oh. Oh. Ach der Bus ist auch ein bisschen höher. Genau. So circa. Garne. Gut. Gut. Gibt's doch nicht. Tschüss. Ich glaube, das kriegt man nicht so perfekt hin, um das Wein. Es wär mal eh drüber, da wäre mir eh drüber. Ich versuche das einfach mal zu starten und es hat funktioniert. Tut man hier nochmal zurück machen und den Balken weg und den Balken weg und drücken nochmal Play. Haben sogar noch mehr gespart, super. Was hat hier der erste Platz gebraucht? 2886 Euro, ey Dollar. Mensch Mensch Mensch, 18.000 Holz, zwei Brücken. Die Straße? So, 18.000. Ich mache da glaube ich zwei verschiedene Brücken. Verbindungen können Level mit Hydraulik verteilt werden. Mit Hydraulik? Ist auch nichts unten. Hydraulik ist auch nicht freigeschalten. Traulik ist noch nicht freigeschalten. Nein! Das hält doch nicht. Ich gucke erstmal was passiert. Die Heldsche mal. Okay, wir holen das Level nochmal. Entscheidend ist es ja nicht so schwierig. So, achso. Bis aufs nächstes Level klicken, ne? Für 11.16.000. Hier ist noch ne Brücke mit Bode. Also es passt ja gerade so durch, würde ich meinen. So. So, 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 so. Und dann nach oben. Ne, er war zu weit oben. 16.000 Abit, na das passt ja. Sehr gut, bin ich sogar noch am Rahmen und ich glaube auch, dass es etwas zu tief war. Jetzt tun wir dieses Teil ja noch mal entfernen und setzen die Straße, ach ne, dieses hier auch, genau, dieses hier auch und das hier auch. Setz die Straße anwendig so, perfekt. Gucken wir mal auf Play, da passt das jetzt auf jeden Fall durch. Ach so, da kommt er nicht hin, weil das zu sehr steil ist, zu steil. Ja, der fällt jetzt runter, weil ich außerdem auf Play gedrückt habe. Keine Ahnung warum. So, der hier auch mal kurz weg, genau. Der hier auch, genau. Super. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Moment mal. Da habe ich hier Holz vergessen, genau. So, jetzt auf Play. Super. Ich würde sagen, das war es für die erste Folge. Lasst es eine positive Bewertung, wenn euch das Spiel gefallen hat. Ansonsten unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel weiterhin sehen möchtet oder nicht. Ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Folgen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Like Button betätigen würdet, wenn euch das Video gefallen hat oder sogar den Abo Button. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. ich bin Tutaj, also zum süd feelerischen Fernsehen und sage Tschüss zur Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü立 ü受ernis